Hallo und herzlich willkommen zum Short-Check für die wichtigen US-Indizes, S&P 500, Dow Jones und Nasdaq. Und da war ja ordentlich Bewegung drin. Seit Freitag, seitdem der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wurde, ging es für den Nasdaq über 4% nach oben. Ein ordentlicher Short-Squeeze auf der Oberseite im sehr bärischen Umfeld. Der Arbeitsmarktbericht konnte ja auch durch Horkisch interpretiert werden, wurde er aber nicht. Er löste einen Short-Squeeze aus. Dann die politischen Börsen, wo sehr viele bärisch gestimmt waren, sehr viele Putz gesetzt haben, sehr viele Shorts eröffnet haben und diese Worte nun allesamt eingedeckt. Und wir liefen in den Short-Squeeze hinein. Nun wollen wir mal auf das Short-Bild schauen. Der Sprung nach oben jetzt an wichtigen Widerständen. Vermutlich braucht es jetzt erstmal einen Zwischenschritt. Die Luft für den Short-Squeeze dürfte heraus sein und wir setzen es zum Zwischenschritt an, der aber durchaus nur im bullischen Muster verlaufen kann. Wir schauen hinein in die Short-Bilder hier im S&P 500. Dieses Bild kennt ihr ja schon seit längerer Zeit im Wochenschart. Hier das Tief aus Oktober letzten Jahres mit der schönen Aufwärtsbewegung hier im März. Und dann zur schwachen Saisonalität sollte eben genau dieses Muster aufgegriffen werden, diese Konsolidierung dieser Anstiegsbewegung. Und die sollte im Flaggenstrukturverlauf, in einer bullischen Flagge oder eben auch im ziemlichen ABC-Muster, hatten wir immer wieder thematisiert. Und genau das haben wir nur gesehen. Wir haben in der schwachen Saisonalität nur eine Konsolidierung dieser Anstiegsbewegung gesehen. Hier ist bärisch nichts angebrannt. Und auch das Umfeld, das so bärisch abgekippt ist, sogar im ängstlichen Bereich, denkt an den Fear & Creed Index, der auf extrem ängstlich gefallen ist, hat man heute zum Market-Briefing besprochen. Darum binde ich euch gerne nochmal ein, dass das ein super Kontraindikator ist. Und wir uns dadurch auch stabilisieren konnten. Wir sehen ja die Wochenkerzen mit den langen Lunden-Stabilisierungstendenz an der Flackenunterkante. Und Flackenunterkante dann hier auch wieder am alten Drend haben wir mit der neuen Wochenkerze direkt aufgesetzt. 4.280 und oberhalb, ja die Pfeile, die hatte ich schon länger drin, ist die 4.400 am mittleren Bonninger Band die nächste Widerstandszone. Darüber sind wir schnell an der Flackenoberkante und eben an den Zwischenhochz. Wenn wir die herausnehmen, ja dann ist eigentlich dieser weitere Impuls, den ich immer wieder eingezeichnet habe, passend auch zur schwachen Saisonalität, dass wir die Flacke dann auflösen, dass wir sogar Richtung Jahreshoch laufen können. Und so kurios ist es für viele auch sein, so unlogisch es für viele auch sein, wenn der Markt ist Betrug etc., das liest man ja dann immer wieder. Aber das wäre dann schraubtechnisch möglich. Momentan diese Struktur, und ich wiederhole mich, ist nicht zu bärisch. Das ist eine bullische Konsolidierung und wichtige Widerstände. 4.400, dann knapp 4.460 und die 4.5, die dann herausnehmen, das sind jetzt die wichtigen Marken, die es nicht diese Woche fallen müssen, aber dann gerne auch im Oktober bereits, wenn diese herausgenommen werden, haben wir ein bullisches Ausbruchsszenario dieser bullischen Konsolidierung. Was nicht passieren darf, ist, dass wir jetzt hier und noch durchbrechen, hier diese Zone hier, die Zwischenhochs. Hier haben wir auch den SM100, der verläuft, unter Kante der Flacke. Hier sollte man nicht mehr, also die 4.200 reisen, sprich dann auch nicht mehr für diese ABC-Bewegung. Hätten wir hier dann auch den Lauf in die erste Welle hin, dann wäre auch gar nicht passend für ein bullisches Szenario. Das darf nicht passieren. Das Szenario sieht wunderbar aus, absolut schönes Muster. Wir laufen jetzt auch hier hoch im ängstlichen Umfeld, passt sehr gut. Aber wenn wir jetzt einen Trigger haben und morgen stehen da Inflationsdaten an, wir fallen unter die 4.200, dann ist dieses Szenario für mich so hinfällig. Also unter die 4.200 auf Wochenschlussbasis bitte nicht fallen. Andernfalls passt dieses Bild noch alles wunderbar mit der 4.280. Das erste Supportzone hier im Wochenschort und Oberhalb wäre die 4.400. Ein erster größerer Widerstand, der ja vielleicht passend mit den Inflationsdaten, die wirklich das Zünglein an der Waage sind. Haben wir heute alles im Market-Briefing besprochen, das allgemeine Marktumfeld. Warum die das Zünglein an der Waage sind, schaut euch das gerne noch an. Aber die könnten dann in den Fokus rücken, diese Zone. Also das ist der Blick zum Wochenschort. Hier im Tagessort hinein, sehen wir die Flagge ebenso nochmal stabilisiert. Hier im Tagessort sind es auch die 200-Tage-Linien, die in diesem Bereich verlaufen. Die SMA 200, 4.210, der EMA 200, 4.265. Oberhalb ist die Spanne zu den 100-Tage-Linien offen. Die haben wir gestern geholt. Gestern getestet, angelaufen und ja, das hat man auch schon gesprochen heute, dass der Schluss nicht mehr so hoch war. Wir haben noch einen langen Docht ausgebildet. Hinweis, ja, ihr könnt ja den Zwischenschritt erstmal anstellen, ein bisschen Luft holen, zurücklaufen, bevor dann der Angriff hier auf die 4.400, 4.410 gelingen kann. Also ich würde hier einen Zwischenschritt vermuten. Ich hatte ja immer eingezeichnet, ja, wir sehen ja diese Bewegung nach unten. Das sehen wir, glaube ich, hier im 4-Stunden-Short etwas besser. Das war ja ein bisschen mein Szenario, was ich euch in den letzten Wochen skizziert habe, mit diesem Zwischenschritt hier. Und dann die C-Welle, die dann ebenso wieder als langer Impuls kommt. Mit hier so einem Angsttief und das Angsttief haben wir ja gesehen mit dem Arbeitsmarkt oder von mir aus auch noch mit teilweise die politischen Börsen. Aber das sollte eben der erste Teil einer möglichen Umkehrformation sein und dann möglicherweise straff hochziehen. Und so hatte ich es eingezeichnet, hätte ich es gerne gesehen als ISKS-Formation. Jetzt sind wir direkt durchgelaufen. Ist jetzt auch nicht sonderlich tragisch, aber ich hätte eine schöne Formation, wäre mir lieber gewesen. Aber sei es drum, denn diese Bewegung hier ist erstmal sehr ordentlich, sehr stark, spricht dafür, dass wir weitere Hochpunkte holen können. Untergeordnete Wellenstruktur können wir die hier erkennen. Ja, was haben wir hier vorne gesehen? Das war eigentlich sogar tiefer. Dass wir hier in der 5. sind und hier erstmal konsolidieren, würde ja durchaus hineinpassen. Ja, es ist natürlich, Elliot ist immer sehr, sehr subjektiv. Das könnte man so zeichnen, die ist nicht die kürzeste, passt. Wir in eine Konsolidierung rübergehen, die dann vielleicht eben genutzt hat für diese schiefere, schiefere mögliche ISKS-Formation, die ja auch zu erkennen ist, dass sowas jetzt kommt. Das würde ich zumindest ein bisschen einplanen. Das passt auch ins Bild. Das muss ja nicht alles komplett nach Elliot sein. Ich bediene mich ja in vielen Bereichen. Das seht ihr ja, dass ich mich ja nicht nur auf eine Analyseart hier fokussiere. Und das ist eine Idee. Passt aber sehr gut in den Tagesschart hinein, wo wir eben auch an die 100-Tage-Linie reingekommen sind, wo die Tageskerze eingetrübt ist. Da bietet sich dieser Zwischenschritt eben durchaus an. Und die könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dieser nun aufgegriffen wird. Und dann hat eine kleine schiefe ISKS-Formation vielleicht anstreben kann. Was ich nicht mehr sehen möchte, ist hier den EMA 200-4265. So tief muss es jetzt auch nicht mehr gehen, dass wir jetzt plötzlich so tief fallen. Das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier keine starke Abwärtsdynamik. Diese Bewegung ist sehr schön. Ein kleiner Zwischenschritt wäre super. Passt da hinein, dass wir hier an diesem wichtigen Schlüssel-Support einen neuen Impuls, einen bullischen Impuls starten wollen. Und da passt es halt nicht dazu, passt nicht ins Bild, wenn wir plötzlich sowas sehen würden, heute hier runterfallen. Direkt wieder auf den EMA. Das ist, ja, man kann sagen, es wird noch eine ISKS. Aber so eine fette rote Kärze möchte ich jetzt hier eigentlich in diesem Szenario nicht sehen. Denn es ist ja eine bullische ISKS-Formation. Da schauen eher die Bullen mit den Füßen, dass sie in der rechten Schulter schon hoch wollen, gar keine Lust haben, diesen Bogen mehr nach unten zu gehen, sondern wollen hoch, 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 lange Lutten ausbilden. Und eine riesen fette rote Kärze passt dann nicht in dieses Szenario hinein. Aber schauen wir auf die heutigen möglichen Cluster. Wie gesagt, hier ist die Anstiegsbewegung im Zwischenschritt. Sollte man hier einplanen, der runterlaufen kann, eigentlich wie dieses Muster hier, und dann vielleicht eine schiefe ISKS-Formation mit sich bringt und dann weiter nach oben laufen kann. Wir haben ja die Fibonacci-Retraes, die ich drübergelegt habe von der Abwärtsbewegung her. Und die, ich müsste mal die so hier oben einsetzen, und dann, wie war der Impuls? Hier oben gestorben, das ist doch nie los, die erste Söge. Na gut, gucken, was der Markt draus macht. Wenn wir diese Drainments drüber setzen, ja, da passt das schon auch mit 38,2, mit dem 50er, passt eigentlich auch sehr gut zusammen. Das ist ein bisschen die Frage, wo man diesen Impuls ansetzen möchte. Ich würde ihn eher hier ansetzen, weil diese Welle ist ziemlich groß, die ist hier groß. Aber auch das ist wieder Interpretationsspielraum. Und da schaue ich auch zu gerne, was macht denn der Markt draus? Wo reagiert der Markt? Reagiert er mehr an diesen Fibolevels oder reagiert er an diesen Fibolevels? Und man sieht, er reagiert hier deutlich intensiver. Und ja, die Spann, die wir haben heute, 4.260, wo der erste relevante Zone stehen, wo stehen die Future aktuell oberhalb? Wir sind ja hier in diesem Bereich, könnten wir oberhalb die 4.385 in diesem Cluster erstmal kämpfen. Kommen wir dort rüber, hätten wir die weitere Auffällung zu 4.400. Das wäre das ein Gap-Close. Die könnte man ja auch noch ein Zeichen, dass wir noch offen haben. Und die Zone, die wir im Wochenschort eben gesehen haben, wäre das die Chance. Also 4.360 heute erste relevante Zone oberhalb. Bleiben die Bullen erstmal im Vorteil. Fragt, ob man sich das auch so weit aus dem Fenster lehnen möchte, einen Tag vor den wichtigen Inflationsdaten. Opa wäre eben die 4.375, 3.85 im Blick. Darüber 4.4. Und darüber, da haben wir ja einen richtigen Mega-Squeeze und da hält sich die Sache direkt weiter auf. Halten wir das in den Wochenschluss? Wie gesagt, das Bild ist ja sowieso nicht bärisch hier. Das ist erstmal nicht bärisch. Dann haben wir direkt diesen Impuls. Und im Zweifel, also in der Angst entsteht die Umkehr. Im Zweifel wird sie genannt. Genau so läuft dieses dann ab. Aber es wäre für mich nicht das Wahrscheinliche, sondern ich glaube eher, dass wir hier erstmal den Zwischenschritt reinsetzen müssen. Auch wenn die Future aktuell etwas fester unterwegs ist. Aber oberhalb der 4.400, um das zu kompletieren, 4.415 und 4.425. Unterhalb der 4.360 hingegen bleiben wir erstmal im Bereich der 4.330 als erster Cluster. Und dann vielleicht, da können wir auch morgen erst tiefer laufen, Richtung 4.310 und im weiteren Schritte 4.290. Und ja, hier würde ich dann, wenn ich diese Bewegung habe, möchte ich dann eigentlich zwei Tage, dann hätte er dafür Zeit, hier so zwei Tage runterlaufen. Dann vielleicht die Inflationszahlen, die positiv überraschen. Und dann wäre das Szenario mit der schönen ISKS hier in den Wochenschluss hinein. Das wäre das bullische Szenario. Inflationsdaten passen aus den USA. Wir ziehen hoch zwischen Rücksetzer hier und haben einen Bodenbildungsprozess und den hohen Wochenschluss. Das wäre das bullische Szenario. Negative Überraschung. Und wir ziehen hier deutlich runter ohne große Gegenwehr. Das würde mir gar nicht gefallen. Also keine ganz langen roten Tageskerzen in dieser Zone erlaubt. Aber ich rede schon wieder zu viel. Wir gehen schnell in den Dow Jones hinein. Dow Jones, Dow Jones, Dow Jones. Der hat ja auch mit der 33.000 erste wichtige Zone erreicht und der Bereich der 200-Tage-Linien, ne, 33.900, 33.800, die erste wichtige Widerstandszone. Und hier im Wochenschluss ist das zu sehen, dass wir diesen erreicht haben. Dort ist jetzt der nächste wichtige, wichtige Richtungsentscheid erforderlich. Ich hatte ja die Idee gebracht, eventuell durch diese großen, durch diese große, ja, Bullenfalle, diese ISKS, die wir liegen gelassen haben, dass die schwer wiegen kann, dass wir einen größeren Umweg bräuchten, hatte ich hier geschrieben, oder jetzt eingezeichnet, geschrieben habe ich auf Tradingportal.net, im Dashboard ebenso, dass hier vielleicht ein Impuls entsteht und wir eine lange dritte Welle sind, der einen Zwischenschritt zu den 200-Tagen-Linien von 33.900 erlaubt. Aber nicht drüber. Viel weiter drüber, sondern nicht, dann ist diese Zeichnung, die ich habe, erstmal hinfähig. Dann kommen hier andere Bilder hinein. Ich glaube nicht an die große lineare Bewegung beim Dow Jones. Der wird hier eher volatil laufen, so wie hier schön im Monatschart zu sehen mit den einzelnen Monatskerzen. Das ist ja, ich weiß auch nicht so genau, von dunkelgrün zu dunkelrot, zwitscht da immer hin und her. Jetzt kommen wir hier rüber, jedenfalls im Wochenschart über die 33.900 und attackieren 34.000, hier zwischentief hier 34.000, 34.300 ist das die Auffällung und dieses Bild hier wäre für mich erstmal vorbei. Dann wird hier was anderes gebastelt, machen vielleicht einen Umweg nochmal auf der Oberseite. Ultra Bullish, sieht der Dow Jones für mich nicht aus und weiterhin ein Umweg wäre gesund. Preimen wir hier direkt ab schon 33.900, dann halte ich auch weitere Tiefpunkte, hier 32.300, 32.400 für möglich, bevor da eine größere Erholung wahrscheinlich wird. Das sehen wir uns hier am Tagesschart nochmal an. Untergeordnet hatten wir noch so eine SKS-Formation aktiv im Tagesschart und aber haben eben diesen Support-Bereich erreicht. Dort sollte Gegend da kommen, zweiter Taglinien hier zu sehen. Die waren das logische Ziel, haben wir erreicht, sind dort reingelaufen, ist auch mit dem mittleren Boninger Band, EMA-200, SMA-200, dort stehen wir drin und Ziel erreicht, direkt erreicht und der direkte Weg hält eben auch die Chance offen, dass die Bullen hier noch mehr draufpacken können. Also mühsamer hochlaufen wäre besser gewesen, wenn wir hier so einen großen Impuls haben wollen. Aber noch passt es, aber die Chance, dass wir hier vielleicht wirklich nur zwischen konsolidieren, ebenso vielleicht passend zum S&P 500, dann nochmal angreifen und haben wir auch so eine Formation hier stehen, eine ISKS-Formation und dann die Sache auffällen Richtung 34, 3, 34, 4 als nächste Zone. Die Bewegungen sehen erstmal nicht verkehrt aus, Dow Jones aber nicht so schönes Bild wie Nasdaq oder S&P 500. Wie gesagt, linear würde ich hier nichts sehen wollen, würde ich wirklich nur von kleinen Zeitebenen schauen. Die Chance, dass wir hier so eine ISKS-Bastel ist definitiv gegeben und hier dieser Marke, EMA-200, SMA-2, mittleres Boninger Band, Anlag, ja, zwischen 33, 38, 33, 9, normalerweise nimmt man das nicht direkt, normalerweise nimmt man gerne mal einen Umweg in Kauf, der kann hier hinführen Richtung 33, 4, ist dann durchaus denkbar. Schauen wir uns hier nochmal an den 4-Stunden-Short, das kleinere Short-Bild, da hat man ja auch diesen Impuls abgeschlossen, eher sollte was kommen, wir wollten sehen, ob es dynamisch ist oder sehr bärisch. Momentan, dieser Zug hier nach oben, das ist schon durchaus dynamisch, kann man unter Ort ein bisschen mehr erkennen, untergeordnet, sieht das ja auch fast aus, dass es hier bloß ein 3-Weller ist sogar, wenn wir das untergeordnet mal schauen, im kleineren Bild und von der Symmetrie, das mag ich ja ein bisschen, dass wir hier wirklich vielleicht bloß ein 3-Weller reingebastelt haben, wir müssten die Bullen auch was lieben, von der Symmetrie passt das ja auch wie die Faust aufs Auge schon wieder, also so untergeordnet sieht das doch nicht so ganz sauber aus, gut möglich, also der 3-Weller passt dann sowieso, dass wir hier nochmal bärisch attackieren können, was sind wir denn jetzt hier im 4-Stunden-Chart, ich hoffe, ihr blickt immer durch, dass ich zwischen Zeitebene ein bisschen schaue, große Scharpel, kleine Scharpel, aber das ist eben relevant, untergeordnet kann man dann auch die Schartstruktur dieser einzelnen Bewegung etwas besser bewerten, ja und hier sieht man es vielleicht auch, dass es vielleicht nur ein 3-Weller ist, vielleicht ist es aber auch nur ein Impuls, nicht im bullischen Fall, aber dann sollten wir die 33-5 nicht mehr reißen und das passt mit dem Szenario ISGS-Formation nicht zurecht, also gut möglich ist das bloß ein 3-Weller, da sind wir erstmal hier doch nochmal einen Rücksetzer, den stärkeren Rücksetzer und dann kann dieser vielleicht der stärkere Rücksetzer auch der Grundstein für einen größeren Impuls sein, aber das müssen wir Stück für Stück schauen, das ist immer sehr viel Kaffeesatzleserei, aber dass wir hier dann eine erste hätten und hier dann eine mögliche zweite für die ISGS-Formation und dann vielleicht dieses bullische Szenario ja eine lange dritte kriegen, die dynamisch ist, wird die auch passen, weil wir hätten ja dann eine ISGS-Formation aktiviert und dann laufen wir hier nochmal hoch und sind doch nochmal deutlich höhere Kurs und hätten das ja eine Jahresendrallye auch unterhalb des Jahres hoch, aber das wäre dann trotzdem für die Dow Jones immer noch relativ gut, also wir müssen ein bisschen schauen, weil diese Bewegung hier ist ja gut, die ist schon mal gut von der Dynamik her untergeordnet, aber dieser 3-Weller, der sagt, hier kann es nochmal locker bis zur Hälfte nach unten gehen und bis zur Hälfte nach unten gehen, also von dieser Anstiegsbewegung heißt eben, dass wir diese Bewegung hier sehen und dann haben wir die Chance hier aber das bullisch wieder aufzugreifen für eine mögliche Umkehr-Formation, ISGS-Formation. Dynamik hier nach unten, wie gesagt, das möchte ich eben nicht sehen, da sind wir ganz schnell wieder in diesem Szenario drin, dass er noch deutlich mehr kommen kann und die Ziele dieser SKS-Formation geholt werden. Jetzt nochmal die einzelnen Cluster für heute 33.650 stehen wir momentan klar oberhalb erste Supportzone, oberhalb besteht die Spanne über die 750 zur 900, das ist die Range, die ich hier genannt habe, das steht ja auch im Trainingport und im Dashboard habt ihr auch alle Grafiken, alle Marken, also könnt ihr gerne mit reinkommen, erster Link in der Videobeschreibung, wenn das hier alles zu viel ist, wenn ich durch die Indizes hier so springe, aber ich muss mich auch ein bisschen beeilen, oberhalb der 900 hingegen, ja dann zieht die Sache direkt weiter nach oben, hätten wir die 34.040 und 34.150 als nächsten Cluster, darüber sogar Chance die 34.3, 34.4 zu attackieren, aber auch hier wie gesagt, weil eben im Tagesschart wichtige, ordentliche Marken, der Zwischenrücksetzer wird wahrscheinlich in diesem Szenario, kann ich mir sehr gut vorstellen, bis morgen Zeit, bis zu den Inflationsdaten, die zünger an der Waage sind, vielleicht ist es dann diese ISKS-Formation, das kann ich noch nicht sagen, wie die Daten sind, aber sie würden sich als Trigger anbieten und dazwischen passt eben hier eine kleine Schwächetendenz unter die 650 sind wir dann eben an der 450 dran, darunter kann man auch noch den Bereich der 330 hier tangieren, aber dann muss eben am besten langsam runterlaufen bis morgen und Umkehrtendenzen für diese ISGS-Formation ansonsten geht es wieder Richtung 33, 150, 33.000 dann sind wir wieder an den Vorwochentiefs und diese Chance auf diese ISGS-Formation wäre hinfällig, aber momentan kann ich mir gut forschen, dass man es bis morgen hier in diesem Cluster aufhalten, ich beeile mich in den NASDAQ hinein, weil ich rede zu viel und das wollt ihr nicht, wir sind im NASDAQ Wochenschart analog zum S&P 500 wunderschöner Aufwärtstrendkanal seit dem Oktober tief hatten hier die KI-Rallye sollte konsolidiert werden, analog zum S&P 500 dann hier eine bullische Flagge, bullischen Keilausbilden, ABC bewegen, genau das identische Muster, nur dass der NASDAQ sogar noch mehr Platz hatte auf der Unterseite, da hat noch Sicherheitspuffer gehabt und dass der jetzt schon weiter gelaufen ist, hat sogar das mittlere Bonninger-Band rausgenommen, steht das hier an der 15.150 fast an der Oberkante dieses Keils oder dieser Flagge, da ist schon fast die Entscheidung, steht da fast schon an, ob wir hier durchbrechen wollen und eben dann diese vierte Konsolidierungswelle abschließen und die fünfte übergehen, die dann auch so wahnsinnig es wäre für sehr viele, die dann aber auch das Ziel des Allzeithoch mit sich bringen könnte, diese Anstiegswelle, diese bullische Konsolidierung und Ausbruch, dann haben wir noch eine Rallye sehen, eine Jahreseintritt Richtung Allzeithoch, auch wenn sich das in diesem Angstumfeld, diese Unsicherheit keiner vorstellen kann, aber dort in diesem Umfeld entsteht eben sowas. Brechen wir hier durch, ist hier sehr viel auf der Oberseite möglich, aber noch können die Wehren kommen zumindest, dass man eben diese Konsolidierung, die man hier sehen hat, nicht nur abbezieren, sondern ein bisschen komplexer fortführen, kann man eben vielleicht doch nochmal 14.300 holen, wäre auch noch in Ordnung, 14.000 wäre selbst auch noch in Ordnung, aber dann müsste spätestens bei Corus kommen, also dieses Szenario, dass man die Konsolidierung fortführen, hier nicht ausbrechen, auf der Oberseite, ist auch noch ein Szenario, im besten Fall, aber suchen wir jetzt schon die Entscheidung und ziehen das nicht so sehr in die Länge. Dass das übergeordnete Bild im Tagesschart, haben wir eben auch diese Bewegung auf der Oberseite gesehen, auch hier die Flagge nochmal zu sehen, ich hatte gesagt, so richtig schön sieht das hier noch nicht aus, aber schießt über die 15.000, okay, dann ist es halt so, dass wir hier vielleicht noch nochmal runterlaufen können, diese Konsolidierung, die ich euch eben eingezeichnet habe, noch ein bisschen weiterführen können, vielleicht als großen Dreiweller hier drinnen, dass wir so einen großen Dreiweller reinbasteln und diesen dann nochmal hier kompletieren und runterlaufen, dann sind wir eben an der Unterkante von der Flagge, dann sind wir zwischen 14.000, 14.300, das Szenario kann ich noch nicht abschreiben, müssen wir erst ausbrechen auf der Oberseite, dann 15.3 und dann die Zwischenhochs attackieren, dann wird es unwahrscheinlicher, dieses Szenario lebt noch ein bisschen und wäre nicht bärisch, das wäre immer noch diese Konsolidierung innerhalb der bullischen Formation, aber die kann eben durchaus noch kommen, aber sie ist unwahrscheinlicher geworden, weil wir eben zu hoch gezogen sind, aber das Szenario muss ich trotzdem für euch noch benennen, sowieso übergeordnet Nasdaq, S&P 500, die sehen von den Indizes noch am besten aus, alles vollkommen in bullischen Strukturen, die Konsolidierung, die schwache Saisonalität, nur der Dauer und der DAX, die mühen sich etwas, da erwarte ich jetzt nicht so ganz lineare Bewegung, hier auch noch mal in die 4-Stunden-Short reingeschaut, ihr seht es ja auch im Tagessort und auch hier, Tageskerze eingetrübt, langer Docht, bietet sich in so ein kleiner Zwischenschritt wieder an, ein bisschen mal Luft holen, vielleicht eben, ja, wenn wir hier so einen Impuls haben, wenn der Impuls entsteht, ja, dann ist ja auch Aufwärtsdynamik durchaus erlaubt und sollte eigentlich nicht mehr hier und im Bereich der 14.900 führen, wenn wir hier einen großen Aufwärtsimpuls haben, wir sagen, hier ist die erste Welle gestartet und die laufen in die dritte hinein, möchte ich hier eigentlich nur Mini-Konsolidierung haben, nur Mini-Konsolidierung eigentlich möchte ich hier dann schon direkt durchziehen, laufen hier zurück, also tangieren wir wieder quasi die erste Welle an der 14.9, dann wird es wieder wahrscheinlicher, was ich hier eben gesagt habe, dass wir vielleicht einen ersten, dann wird auch noch mal so eine größere, erste, so einen Dreiwelle reinbasteln, der dann komplett noch in diese Flacke reinpasst, aber dann wird es wieder wahrscheinlicher, dass wir doch noch mal noch nicht ganz fertig sind in dieser Konsolidierung, ohne dass hier irgendwas zu bärisch anbrennt, aber das müssen wir sehen jetzt, wie die Konsolidierung beginnt, momentan haben wir einen schönen Impuls auf der Oberseite, ein bisschen ermüdet, aber es kann eben sehr bullisch auch konsolidieren, und es gilt es abzuworten, 15.150, erste relevante Zone heute, der Future steht bei 170, oberhalb, können wir direkt weiter attackieren Richtung 230, darüber die Chance die Oberseite zu attackieren, um die 350, ja kommen wir dort rüber, dann sind wir im Ausbruch-Szenario, dann wird es hier mit diesem möglichen Treibweller eben nichts mehr, auf den ich ja sowieso jetzt nicht unbedingt setzen würde, und wir haben eben die Zwischenhochs aus August, September nehmen wir dann aufs Korn, unterhalb der 150, ja da hätten wir zumindest die 15.50, und im weiteren Schritt wäre man dann wieder 15.000 und 14.950, langsam runterlaufen, wir in Orten noch viel tiefer hinein, und dann sieht diese Bewegung eben, die gestern schon nicht so ganz schön aussah, dann sieht sie wieder weniger schön aus, weil man eben ja diesen möglichen Impuls hier überschneidet in eine erste Welle, das möchte man nach Elliot nicht sehen, und ich möchte es persönlich auch nicht sehen, für das direkte bullische Szenario, dann lebt ein bisschen das Szenario, dass man doch noch mal hier ein bisschen länger konsolidieren, auch der Dip Richtung 14.3 wäre dann auch noch möglich, also Obacht, wenn wir hier doch wieder deutlich reinfallen wollen, hier diesen Falljoten auch noch holen, das wäre ein bisschen zu viel, würde mir nicht gefallen, und ja, dann geht die Konsolidierung erstmal weiter, und der Ausbruch ist erstmal verschoben, aber übergeordnet, wie gesagt, passt das Bild, heute die 150 im Fokus, ob er kann das Quise noch weitergeführt werden, und wir können die Oberseite der Flagge attackieren, und bei Ausbruch, dann sieht es sowieso direkt gut aus, momentan ist eher die Frage, nehmen wir noch mal den Umweg in Kauf, ja oder nein, so wie hier in der Flagge gesehen, oder wie hier gezeigt, nehmen wir den Umweg noch mal in Kauf, mit ihrem Wochenchart, dass wir noch mal runterlaufen können, oder versuchen wir den Ausbruch auf Wochenschlussbasis, jetzt aus der Oberseite, hier 15,3 knapp, auf Wochenschlussbasis, dann hätten wir hier ein Kaufsignal in den Wochenschluss, in die starke Saisonalität hinein. Das soll es gewesen sein, ich rede, wie gesagt, heute, ich rede mich wieder hier fest, und ihr wollt ja keine Videos, die groß über 20 Minuten gehen, jetzt sind wir schon wieder bei 25, super, könnt ihr aber gerne schreiben, was eure Meinung zum Markt ist, im sehr bärischen Umfeld kam die Umkehr, S&P 500, Nesda, genau am richtigen Zeitpunkt sind die umgekehrt, sehen nicht bärisch aus, im Gegenteil, die konsumtieren symbolisch aus, und wenn wir da durchbrechen, wenn wir auf der Oberseite nun triggern, das ist letztendlich nicht sicher, wir können hier nochmal Umwege einbauen, aber brechen wir jetzt auf Wochenschlussbasis so durch, da haben wir auf Wochenschlussbasis ein Kaufsignal, was sich viele überhaupt nicht vorstellen können und das Kaufsignal hat für den S&P und für den Hashtag so unglaubliches Ding das Ziel Richtung Allzeithoch zu laufen und das gilt es nun zu schauen, ob man den Umweg in Kauf nimmt, ob hier vielleicht Abwärtszunamik reinkommt, momentan sehen wir das so gar nicht, hier ist keine Angst im Markt, im Gegenteil, wir verlaufen in sehr bullischen Strukturen und viele der institutionellen Anleger haben die Relle hier vom März stark verpasst und die müssen noch Performance generieren in den Jahreschluss hinein, die werden jetzt suchen hier einzusteigen, das Risiko müssen sie eingehen, dann kommen die Buybacks bald zurück in wenigen Wochen, also im Umfeld, wo es kann nur nach unten gehen, kommt auch gerne mal die Saat für nach oben, wir werden das weiter verfolgen hier auf diesem Kanal, wer es nicht verpassen möchte, Kanal Abo, ansonsten gerne auch auf tradingportal.net in den Trading Chat reinkommen, da verpasst ihr von früh bis abends so gar nichts vom Markt geschehen. Das soll es gewesen sein, wir sehen uns, macht's gut, bis bald und ciao. aus dem Tirer, wir sehen uns, bis bald, wie kann man denn sich in die Zache mit der Zache auf dem Markt